Wir sind wieder da, und wir haben was zum Essen mitgebracht. Hi Mama! Du bist zu spät, Son Goku. Das Besorgen der Zutaten hätte nicht so lange dauern dürfen. Ja, tut mir leid. Wir haben auch trainiert. Du sollst heute doch so einen Gohan, Muten, Roshi und den anderen vorstellen. Moment mal, war das heute? Natürlich. Oh, tut mir leid. Ich verspreche es. Nächstes Mal merke ich es mir. Vergiss es. Hora, wir werden die Zutaten vorbereiten, also wir werden in uns. Worauf wartet ihr noch? Kommt rein, ich muss sofort mit dem Kochen anfangen. Wir können sogar zu Son Goku ins Haus rein. Kochen, Früchte, Fleisch, Fisch und andere Zutaten können von Chichi oder anderen Köchen zubereitet werden. Zubereitete Gerichte bewirken Spezialeffekte, zum Beispiel Werteboosts und vorübergehende Unterstützungseffekte. Diese werden Essenseffekte genannt. Okay, also Werteboosts, Werteboosts. Also es gibt tatsächlich Sachen, die dann permanent vom Essen beeinflusst werden, oder wie? Okay. Jedes Gericht hat eigene Zutaten. Bessere Gerichte erfordern seltenere Zutaten. Extravagante... Extravagantere Komplettmenüs bieten sogar noch stärkere Effekte. Diese wirst du dann später im Verlauf deines Abendsteuer auch zubereiten können. Cool. Warum leuchtet denn der Tisch? Hör auf zu leuchten. Leuchtender Tisch hier. So, ist aber schön, ne? Richtig gemütlich hier. Sprich mit Chichi. Okay, dann kochen wir was. Wie lieb, dass sie schaut, ne? Also Chichi ist schon eine korrekte. Ein bisschen streng, aber sonst ganz nice. Aber irgendwie hat sie in der Serie doch immer genervt, ne? Ein Gericht kochen. Ein komplettes Menü kochen. Bäm. Ja gut, fällt aus, habe ich gehört. Ein Gericht. Oh, wähle gekochter Fisch aus. Gekochter Fisch. Ganzer Knochenbraten. Oh, lecker. Oh, saftige Teigtaschen. Digga, wenn ich das sehe, kriege ich Hunger. Hör auf. Böses Spiel. So. Ah, hier. Ah, 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 ah. Okay. Desserts. Nudelgerichte. Oh mein Gott. Ich will. Oh mein Gott. Pasta der rauen See. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich glaube, es wird... Oh Gott. Ich glaube, das hätte ich auch live streamen müssen. Ich glaube, ich werde irgendwann mal einen live streamen machen, wo wir alle Zutaten sammeln, damit wir hier richtig fett essen können. Desserts. Okay, wir wollen natürlich Fisch, gekochter Fisch hier, zack, einmal ab dafür, gekochter Fisch hergestellt. Mhm, lecker, lecker. So, Chichi baut sich jetzt hier ein. Schmecker, lecker. Ja, durchsuche das Haus, achso, aha, untersuchen. Umscheine neuen Schüler auf die Probe zu stellen, wirft Mutten Roshi einen Stein, auf der das Schriftzeichen für Schildkröte geschrieben hat, tief in den Wald. Er sagt ihnen, dass derjenige, der den Stein als erster zurückbringt, essen darf, der andere jedoch hungrig bleiben muss. So ein Goku findet den Stein, dem ihn Krillin mit einem Trick abnimmt. Daraufhin eilt er zurück, um seine Mahlzeit zu bekommen. Allerdings erwartet ihn eine unvermutete Falle. Markierter Stein. Das ist der Stein, mit dem Krillin und ich trainiert haben, wir sollten dieses Ding damals aufspülen. Krillin hat mich damals besiegt, aber nur weil er geschummelt hat. Ich durfte vorher nichts essen. Du hast die Z-Enzyklopädie freigeschalten. Ja, die ist jetzt hier irgendwo. Da können wir Dreieck drücken. Und hier sind Sachen drin. Zehn aktualisierte Kategorie Musik. Haltende Gegenstände. Eine D-Medaille. Ja, das können wir, wir können uns hier Sachen angucken, Welt. Das finde ich eigentlich ganz nice, dieses Ding. Wir können hier Sachen freischalten. Und da erfahren wir so ein paar Sachen über die Dragon Ball Welt. Das ist eigentlich ganz cool. Zum Beispiel hier. So ein Gokus Haus. So ein Gohans Haus. Achso, der Opa ist ein Gohan. Tierverzeichnis, Gegenstände, Videos, Musik. Gut, bei Videos Musik gehen wir mal nicht rein, nur dass es da irgendwie Ärger gibt. Ja, können wir uns alles irgendwann irgendwie mal angucken. Brauchen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt sollen wir mit so ein Gohan quatschen. Wo willst du hin, Papa? Ich werde Muttenroschi treffen. Mein alten Meister. Sein Haus liegt mitten im Meer. Dort ist es total toll. Oh ja. So, gute Frau. Okay, ich bin fertig. Hier ist euer Mittagessen. Lasst es euch schmecken, wenn ihr Hunger bekommt. Danke, Vater. Wenn du das gemacht hast, dann wird die Kraft sehr viel zu spüren. Was ist Gohan? Dein Essen ist das Beste. Das bringt richtig das Blut in Wallung und macht stark. Stimmt's dann, Gohan? Ja. So, wir haben Chichi freigeschalten. Und wir haben Chichi als Anführerin der Koch-Community. Okay. Wer kann eigentlich alles kochen? Ich bin echt mal gespannt, wie wir hier alles freischalten können. Koch-Community. So viele, die kochen können, gibt es doch gar nicht in Dragon Ball. Also, ich wüsste jetzt... Ja, Chichi als Köchin. Ja, okay. Und wer noch? Wüsste ich jetzt niemanden. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich kommen auch irgendwie ein paar Charaktere rein, die nur für Spiel da sind. Okay, das... Ja. Drücken wir mal weg. Kennen wir ja schon. So, jetzt geht's los. Habe ich gehört. So, Chichi. Komm, ich gehe hier. Und Gokku,さ,ちょっと待つ da. Gokku,さ,ちょっと待つ da. Gokku,さ,ご飯ちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまった da ka? Ah,あれだな. Waa,きれいな玉. Ich versuchte sie an... Wenn du sie der Dragon Ball schwas, dann stimmst du gerade, will ich? Und jetzt der für euch traur. Du hast deine Name habe dich von Frau von meiner Frau gemacht. So geht das. Es ist sehr believend, Frau von Frau. Ich hab dich auch, Frau von Frau. Frau von Frau muss selber sein, so ist es gut. Ja, danke. Opa, okaasann. Ja, komm, komm. Jetzt komm. Gokusa, gohanchano. Gokusa, ich bin ein guter Kind. Gokusa, du bist ein guter Kind. Ja, okaasann. Dann komm. Dann komm. Tja, ja. Storyzusammenfassung. Brauch ich jetzt nicht vorlesen, weil der Ladebildschirm... Ja, ne? ... ... ... ... Der Name ist DRAGONBALL. Das ist DRAGONBALL. Das ist DRAGONBALL. Das ist eine sehr lustige Geschichte von SON GOKU. Das ist DRAGONBALL. Ich wollte noch den Dialog abwarten, was er auf dem Weg ist, nehmen wir gerade mit, weil warum nicht? Oh, und wer ist dieser kleine Mann? Das ist mein Sohn. Dein Sohn? Ja, krass, oder? Schön, euch kennenzulernen. Oh, ebenfalls. Er heißt Son Gohan. Ach, du hast ihn also nach deinem Opa benannt, was? Ja, passt doch zu ihm, oder? Du hast eine Belohnung freigeschalten. Uh, ein überfälliges Wiedersehen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder so eine D-Medaille. Jo, die brauchen wir auch für irgendwas zum Leveln, ich weiß es nicht genau was. Übrigens herunterladbare Inhalte habe ich mir den Season Pass geholt. Also ich habe da wirklich mal reingepayt für das Game, weil es halt wirklich geil ist. Ich glaube, ich kann mal da drauf gehen. Genau, hier haben wir den Gott der Zerstörung. Dazu kommen wir später. Wir machen erstmal die Hauptstory durch, würde ich sagen. Ich kann, also man kann das jetzt ja theoretisch starten, aber ich weiß nicht so, ja, weiß ich nicht. Nee, brauchen wir noch nicht. Wir spielen erstmal die Hauptstory, dann kommen die DLCs, wie es ja eigentlich, ja eigentlich immer macht bei Spielen. Wir machen erst den Standardinhalt und dann den DLC-Inhalt. Dann schauen wir uns mal ganz kurz um. Haben wir hier irgendwas Schönes, irgendwas Besonderes? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Oh doch, guck mal. Untersuchen. So ein Guku und Bulma helfen einer Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank stellt sie die zwei dem Herrn der Schildkröten Muttenroschi vor. Muttenroschi schenkt Son Guku zur Belohnung den Chindo-Chun und Bulma den Dragonball, den er um seinen Hals trägt. Ja, siehste, mal haben wir was gefunden. Geschenk von Muttenroschi wurde aktualisiert. Auch aus Dragonball Classic. Und ja, wir können jetzt hier jede Menge Leute anquatschen. Chichi hat tolle Arbeit geleistet, so ein artiges Kind großzuziehen. Äh, Moment mal da. Was ist das denn? Mal aufheben. Heiliger Text der Kampfkunst. Okay, und nochmal ein Ding. Bevor Muttenroschi Son Guku und Krillin trainiert, verlangt er von ihnen, dass sie ihm eine schöne Frau bringen. Die beiden finden Lansch die Versuch der Polizei aus dem Weg zu gehen und bringen sie zum Karmehaus. Muttenroschi ist mit Lansch zufrieden, als er sie jedoch die Uniform der Schildkröten Schule anziehen lässt, geschieht etwas Unglaubliches. Lansch schniesst, wodurch sie sich von einer ruhigen und höflichen Dame zu einer stürmischen vulgären Chaotin verwandelt. Ja, die gute Lansch. Ach ja, das ist die Uniform, die Muttenroschi mir, Krillin und Lansch gegeben hat. Ja, übrigens kleiner Funfact an der Stelle. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt, weil ich das nur von einem YouTube-Video weiß. Aber, äh, Ding, Toriyama ist mal gefragt worden, warum Lansch in Dragon Ball Z nicht mehr vorkommt. Und er hat gemeint, er hat sie einfach vergessen. Ja. Deswegen ist Lansch nicht mehr, nicht mehr da. Die gibt's nicht mehr. Die hat er vergessen, ja. Aber ist auch cool, dass man hier, man kann hier einfach reingehen. Man ist, wir sind hier einfach im Karmehaus, Jungs. Könnt ihr euch das vorstellen? Da haben sie gechillt und haben hier die Cell-Spiele geguckt und hier steht der Tisch und hier die Einrichtung. Alles voll geil, ey. Super stark, einfach super stark. Find ich gut. So, 48 Minuten ist noch nicht wirklich viel passiert, ich weiß. Ist aber nicht so wie bei SAO, dass ich drei Stunden für die Einleitung brauche. Ähm, aber eine Stunde immerhin. Gut, äh, wir quatschen mal mit Muttenroschi noch. Ich komm immer noch... Ich kann immer noch nicht... Ich kann immer noch kaum glauben, dass du jetzt ein Kind hast, Son Goku. Er gleicht seinem Vater bis aufs Haar. Naja. Also da war Goten ein bisschen äh, identischer. Aber gut. Krillin-Altes Haus, was geht ab? Hast du in letzter Zeit trainiert? Das ist ja... Nicht so viel, wie ich eigentlich vorhatte. Chichi wird immer wütend, wenn ich zu viel trainiere. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, ich hab auch trainiert. Da Piccolos sich um alles kümmert, war es... Hä? Da Piccolos sich um alles kümmert, war es... Da Piccolos sich um alles kümmert, war es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Ja, verstehe ich jetzt nicht so. Hey ihr beiden, worüber redet ihr? Ich... 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 Nichts Wichtiges. Oh... Ich hätte schwören können, dass ihr beide euch darüber unterhalten habt, dass ihr euer Training vernachlässigt. Ja... 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 Du hörst einfach alles, was... Naja... 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 Ihr habt wohl vergessen, dass es täglichen Trainingsbedarf und man nicht nur zu besonderen Gelegenheiten trainiert. Ihr solltet... Ihr solltet euch jeden Tag bewegen, lernen, spielen, essen und schlafen. Das ist die Schildkrötenschule. Dagegen kann ich nicht sagen. Ja... Kann man nicht. Damit ihr niemals euer tägliches Training vergesst, habe ich eine kleine Herausforderung für euch. Oh... Das Schildkröten-Schule-Trainings-Handbuch. Meldet euch bei mir, wenn ihr mit eurem Training fertig seid. Ja... Jawohl, Mutten-Roshi. Ja... Und jetzt wieder zurück zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Hm... Mutten-Roshi... Freigeschalten... Erwachsenen-Community... Mhm... Ja, ja... Die Erwachsenen... Ja, ja... Das sehe ich schon hier. Pink Gall... Hier... Suki... Mono... Ja... 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 Und hier... Aha... Gut... Haben wir den Zigeuner auch. So... Lululululu... Neben-Stories? Wieso ist ein Lunch da? Gibt es Lunch in dem Spiel? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich da meine Testaufnahme gemacht habe. Gehe im Feld zu einer blauen Säule und... Oder sprich... Oder sprich mit einem Charakter mit einem blauen... Äh... Ausrufe zeigen Symbol über dem Kopf, um eine Neben-Story zu beginnen. Dadurch... Äh... Durch Abschließen von Neben-Stories erhältst du IP, wertvolle Gegenstände und oder Seelenabzeichen. Manche Neben-Stories können zu... Nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Schließe also ab, wenn du kannst. Okay... Also wenn wir eine sehen, sollten wir die machen. Das heißt, wir quatschen mal kurz die Schildi an. Schildi Kröti. Du! Hm, was ist los mit dir? Du siehst ihm nicht mitgenommen aus. Wie? Hä? Oh, äh... Da stimmt was nicht. Verbirgst du was? Anu! Ich, äh... Ähm... Potztausend! Er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist Mutten-Roshi-Stimme. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Er ist weg! Oh! Oh, hey Son Goku, hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Was? Schildi? Ja, aber sie ist irgendwo hinweggelaufen. Known, ja. Schildi? Nennst du ihn... Nennst du ihn immer noch so? Okay, ihn, das verwirrt... Also, wir hatten gerade eine männliche Stimme. Und auch ihn, sagt Mutten-Roshi. Aber im Anime hatte die ja eine weibliche Stimme. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Ach, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist es was Besonderes? Nein, nein, nein. Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich es nicht habe, dann... Dann... Mutten-Roshi-Buch finden. Ja klar, Digger, kriegen wir Sachen für. Mutten-Roshi ist ein und alles. Neben-Quest akzeptiert. Also, wenn es dir so wichtig ist, könnte ich dir helfen, es zu finden. Oh! Wirklich? Das ist sehr nett von dir, Son Goku. Also, was für ein Buch ist das denn? Es ist, äh, meine Badeanzug-Fotosammlung. Mann, du hast dich kein Stück verändert, Mutten-Roshi. Ich suche auf dem Dachboden. Du suchst draußen. Wird gemacht. Okay. Wir können mit Grelin quatschen. Wir fragen den Schildi einfach mal, wo es ist. Ja, hallo? Achso. Jaaa, ich weiß, ich will nicht... Ich darf nicht ins Wasser, Entschuldigung. Achso, wir sollen Bulma fragen. Bulma... Das schmutzige Buch vom alten Knacker. Als ob ich das wüsste. Dann, äh, weißt du, wo ich Schildi finden kann? Wenn du Schildi, äh, Schildkröte suchst, er ist in den hinteren Teil vom Haus gegangen. Da sind wir doch gerade rumgelaufen. Vor allem steht er da wahrscheinlich, ne? So, so, Gohan ist ein bisschen nervös. Ja, nur kein Stress. Alles chillig, so, Diggi. Wo hast du da hingemacht hier das Buch? Was? Hey, Schildi. Also, wo hast du das Buch von Muten Roshi versteckt? Es heißt Schildkröte, Son Goku. Das sollst du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Muten Roshi hat genug von dem Zeug gelesen. Der muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Ja, kommt später. Und deswegen gehört es unter die Erde. Die Erde, Moment mal, hat er es irgendwo vergraben? Können Schildkröten graben eigentlich? Ja, schön, dass mir das Ding halt genau sagt, wo es ist, ne? Hier im Dreck hat etwas gegraben. Achso, willst du es näher anschauen? Ja. Sieht aus, als wäre hier irgendwo was vergraben. Dann lege ich mal los. Aha, da ist es. Du hast das Buch für Mädchen gefunden. Aha. Hey, ich habe dein Buch gefunden, Muten Roshi. Ah, du hast es gefunden. Du bist der beste Son Goku. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Ich vertraue darauf, dass du mir nochmal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte es wieder versteckt. Ah, na klar. Ja, Story abgeschlossen. Geilen Scheiß bekommen. So, Boys. Was ist denn los mit euch? Grelin, mein Boy, was geht ab? Sag an. Ja. Hey, Son Goku. Muten Roshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber, naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht zulassen, dass die ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Willst du damit etwas sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Gegen dich? Haha, vielleicht ein andermal. Zuerst werde ich mich auf geistige Simulation konzentrieren. Geistige Simulation? Ach, du meinst, das spielt sich nur in dem Kopf ab. Das solltest du irgendwann mal versuchen. Es könnte ihnen eine D-Medaille bekommen. Okay. Hä? Was ist das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandegen bezeichnen. Okay. Das Gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Wie zum Beispiel an diesem Strand. Okay, ich versuch's. Okay, dann sollen wir das jetzt wahrscheinlich machen. Trainingsplatz wurde freigeschalten. Untersuchen. Folge Energiestrahl. Ja. Ja. Ja, 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 weiß ich. Von dem muss man sich immer in Acht nehmen, wenn die so komisch wegläuft. Ja, ich bin los. Das war's. Ja. Okay, das hab ich gemeint. Wir können auch im Wasser kämpfen, so können wir auch ausweichen. Zack, machen wir mal einen Konter-Kamehameha. Zack! So, und dann sitzt du da aufs Maul. So, Deckung und Finish. Ja, du hast Folgeenergie-Strahl erlernt. Ja, mehr können wir im Moment nicht machen. Bestätigt, bereits erhalten, zurück. Für den Moment habe ich genug trainiert. Vielleicht werde ich noch etwas länger mit den anderen reden. Das hat man auch oft im Anime gesehen, dass so ein Goku hier am Strand steht und hier ein bisschen trainiert. Wie man sieht, wir haben jetzt unten Energie verloren. Jetzt bräuchten wir so ein Lagerfeuer, da könnten wir chillen und uns wieder aufladen. Aber ja. Okay, er sieht also aus wie du, aber ist er auch so stark. Ich wette, dass er ziemlich stark ist, aber genau weiß ich es nicht, weil Chichi mich ihn nicht trainieren lässt. Und ich es deshalb nicht herausfinden kann. Möchtest du wirklich mit der Geschichte fortfahren? Ja. Wir wollen nur noch was erleben. Ah, da kommt er. Ah, da kommt er. Ladebildschirm. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich werde das nicht verletzen. Er hat sich in dieser Welt gesucht, aber... ...Kakarot. Ja, was soll ich sein? Er hat 5. Er hat 5. 5. Ich kann nicht動. Was ist ein Kabel? Der hat einen großen Wettbewerb. Der Wettbewerb ist 4880. Das ist ein Kakerod. Was ist das? Was ist das jetzt? Ich fühle mich gar nicht so gut.